Hallo zusammen, hier jetzt nochmal ein kleines Update zu meinem Kanal. Ich werde jetzt über die Feiertage Pause machen, das heißt am 24., 25. und 26. kommt kein Video. Genauso auch am 31., 12. und 01.01. Das hat einfach damit was zu tun, weil ich halt eben die Zeit mit meiner Familie verbringen will. Und ich werde zwar in der Zwischenzeit auch Videos produzieren, und bloß hochladen tue ich in dem Moment nichts. Ja, auf jeden Fall danke ich euch, dass ihr meine Videos anschaut, und ich wünsche euch allen zusammen ein glückliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020